So, sind wir wieder zurück. Da sind wir wieder. Ach ja. Schön hier. Und schön, dass es hier wieder Schäfchen gibt zum Haberhaber machen. Okay, dann gucken wir doch mal, was da vorne beim Ballon abgeht. Da hängen ein paar Leute. Nämlich alle, die, die wir schon getroffen haben in den Welpen. Wenn du eine Person aus jeder unserer fünf Welpen zurückbringst, können wir dir helfen, den Ballon zu benutzen. Alles klar. Also insgesamt, da ist Schieler hängt ein bisschen ab, der Bürgermeister. Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt, dass dieses kleine Fliegengewicht da oben hängt, aber okay. Und er natürlich. Und jetzt fehlt nur noch eine Person. Nämlich da diese Robbe. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich denke, das reicht fürs Erste. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier im Sonnenaufgang machen. Die letzten, ja, die Robbenwelt dann noch, den Muschelstrand und dann die erste Rennstrecke dort oben. Und dann gucken wir mal, wie unser Abenteuer hier in den verlorenen Welten weitergeht. Lasst mir warten da, falls es euch Spaß gemacht hat. Gesundheit. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spyro 3. Beziehungsweise Spyro Reignited Trilogy. Hier muss man das immer merken. Es wird immer schwierig, wenn ich das sage. Reignited Trilogy. Ja, wir haben jetzt mit dem dritten Abenteuer angefangen. Das letzte Mal. Sind hier in Bad Sonnenaufgang auf der Jagd nach Dracheneiern. Nachdem die böse Zauberin mit ihrer Armee diese gestohlen hat. Und wir haben eigentlich nur noch Gesundheit. Nur noch zwei Welten vor uns. Einmal den Muschelstrand. Das ist der da unten, wo noch nicht aktiviert ist. Und die Pilzstrecke. Eine kleine Rennstrecke. Und die machen wir zuerst, weil sonst vergesse ich sie nur. Und hier, wie in den Vorgängern auch, gibt es wieder 400 Edelsteine für das richtig gute Rumsausen auf der Rennstrecke. Und insgesamt drei Eier gibt es zu fangen. Was ist denn das für eine Stimme? Alter, der, wo Sparks gesprochen hat, der verdient eine Goldmedaille. Alter, wie geil. Und ich dachte schon, die Schildkröte im Sonnenstrand in Spio 2 war super. Das ist ja noch viel besser. Alter, ich krieg mich nicht mehr. Wieso? Wieso? Alter. Ist das geil. Gibt es dafür wieder einen Skillpunkt? Nee, gibt es nicht. Okay. Alles klar. Im Prinzip bleibt dasselbe. Wir müssen alle vier Achterdinger absolvieren. Dann kriegt man dafür eine Edelsteine und sogar ein Drachenei. Vor allem, man hört halt so ganz leicht, wenn man sich ein bisschen konzentriert. Und dann hört man auch, was Spice tatsächlich sagt. Also auch auf Deutsch. Also, das ist ein deutscher Synchronsprecher, wo das da macht. Oh man, wie geil. Leute von Toys for Bob und Activision, ihr seid einfach nur noch verrückt. Ihr müsst diese Qualität aufrechterhalten für sowohl Crash als auch Spyro. Also, bitte, bitte, ich flehe euch an. Und wenn ihr das machen würdet, dann werde ich euer aktivster Kunde. Versprochen. So, und das war das. Wunderprächtig. Cool. Äh, ja, nochmal ein neuer Versuch, bitte. Ah, Mist, jetzt habe ich das Ei nicht bekommen. Ah, ich hätte beenden drücken sollen. Okay, dann machen wir es halt nochmal. Entschuldigung. Ja, das ist nicht der schnellste Weg, aber wir müssen ja nicht schnell sein. Das müssen wir erreichen, bis die Zeit, bevor die Zeit abläuft. Und was wir auch nicht bekommen, das habt ihr vielleicht schon gemerkt, wir bekommen keine Zeit. Wir haben einfach eine vordefinierte Zeit. Und fertig. Die armen Spinnen. Die schreien richtig. Aber ihre Spinnennetze sehen irgendwie komisch aus mit diesem Grün. Sieht eher aus wie Lian. Hm. Strange. So, so. Mist. Jawohl, jawohl. Jawohl. Und tschüss. Das war sogar noch schneller als vorhin. So stelle ich mir das vor. Okay. Benden. Sabina. Hi. Schmetterlingsrennen. Es gibt jetzt nämlich noch Rennen. Ah, die Stimme ist geil. Okay. Ein Rennen gegen die Schmetterlinge. Ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen schneller sein als die. Ist ja klar. Und wir müssen halt durch alle Ringe, sonst ist das Rennen vorbei. Und diese blauen Sternchen hier, die beschleunigen uns. Wir nehmen uns halt einen kleinen Turbo. Und dann ist es eigentlich machbar. Hier, guck mal. Der nimmt den jetzt zum Beispiel nicht. Dann nutzen wir das doch. Und haben die Sternenkraft-Trophäe bekommen. Dafür, dass wir mindestens vier blaue Sterne, danke, in einer Runde durchquert haben. Ist jetzt nicht die schwierigste Trophäe, aber... Hey, warum nicht? Und es ist neue Musik. Das fällt mir jetzt erst auf. Weil die Originalmusik... Warte. Hört sich doch anders an. Hey, die hört sich auch hier anders an. Okay, dann ist es die amerikanische Version. Weil in der deutschen waren alle Strecken gleich. In der europäischen. Also in der amerikanischen sind sie jetzt wahrscheinlich wieder unterschiedlich gewesen. Das weiß ich nicht. Ich habe die amerikanische Spyro 3 Version noch nie gespielt. Aber ich könnte es mir tatsächlich vorstellen. Okay, interessant zu wissen tatsächlich. Ich weiß zumindest, dass der finale Bosskampf im europäischen ja... einen Soundtrack hatte, der schon benutzt wurde bei einem anderen Bosskampf. Und ich den irgendwie passend aufhand. Und im amerikanischen hatte der ein separates... Hatte der eine separate Musik. Das weiß ich noch. Der letzte, meine ich. Da hatte der nicht den Recyceln vom zweiten. Oh Gott, ob wir das noch hinkriegen? Das wird knapp. Ja, da vorne ist nämlich schon die Ziellinie. Nein! Was habe ich denn falsch gemacht? Ich dachte, die Rennen sind einfach. Aber ich habe auch Schwierigkeiten gehabt beim originalen Spyro 3 Let's Play. Ich erinnere mich. Oh nö. Das wird mega eklig. Am besten ist es tatsächlich, wenn wir durch alle blauen Sterne gehen und keinen verpassen. Dann ist es machbar. Weg mit dir. Guck mal, schon sind wir auf dem... Wow, dritten Platz. Weil wir einen Stern mehr eingesammelt haben. Krass. So, zweiter Platz. Jawohl. Alter, wo ist denn der Erstplatzierte? Da vorne. Wow. Respektkollege. Ha! Was? Weg mit dir. So, Schmetterling abgefackelt. Ups. Wollte der mich echt überholen. So, und ich drücke nicht, so wie sonst immer die Dreiecktaste, um nach hinten zu gucken. Das geht nicht. Mit der Dreiecktaste mache ich nämlich den großen Fehler, dass ich... Ja. Aufhöre zu fliegen. Was halt in einem Flugrennen kontraproduktiv ist, habe ich mir sagen lassen. So. Jetzt bloß keinen Fehler mehr machen. Und dann haben wir das Rennen gewonnen. Aber irgendwie gefällt mir die Musik trotzdem, auch wenn es jetzt nicht die ist, wo ich kenne. Ja. 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 Die Stimme. Ich finde die super. John. Okay, wir müssen nochmal in den Zeitmodus. Und zwar ist jetzt hier irgendwo auf dieser Strecke Jäger unterwegs, den wir treffen müssen, um noch eine zusätzliche Aufgabe zu meistern. So wie halt in Avala gab es ja dann auch immer diese zusätzliche Mission, wo man eine Kugel gewinnen konnte. Hier halt in Form eines Eis. Hi. Schafe in fliegenden Untertassen sind gerade aus dem Nichts aufgetaucht und zerstören die Rennstrecke. Was? Ich muss Ihnen wohl in meinem Flugzeug eine Lektion erteilen. Dann mach das. Achtung, Schafe, jetzt komme ich. Okay, drücke Kreis zum Feuern. Drücke Viereck oder Kreuz für einen Turbo. So, jetzt spielen wir Jäger. Siehste mal, wenn wir alles hier spielen dürfen. Oh. Hui. Und tschüss. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich mich eins erwischt. Oh. Ja. Geil. Scheiße. Der hat aber auch ein überdimensional großes Flugzeug. Das muss man halt auch dazu sagen. Das ist leicht kontraproduktiv. Im Vergleich zu den kleinen Schafstassen. Okay, warum stelle ich mich so blöd an? So, das sind übrigens dieselben Schaf-Untertassen wie aus Spyro 2 in Metropolis. Die sind wir jetzt noch öfters hier in diesem Spiel. Ah. So, den habe ich. Ich sehe manchmal gar nicht, ob ich die jetzt getroffen habe oder nicht. Zwei Stück noch. Da. Mist, der ist im... Nee, der ist nicht im Tunnel. Halt mal. So. Und der letzte. Jawohl. Juhu. Sieh nur, der Truppführer hatte dieses Ei entführt. Sowas aber auch. Das geht gar nicht. Tater. Oder Tater? Nee, Tater. Hi. Wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt. Oh, bitte. Ich möchte mehr von dieser Stimme hören. Das ist gigantisch. Das ist super. Ich feier das gerade. Wie kommt man nur auf solche Ideen? Also, ich finde das grandios, aber... Wie kommt man auf solche Ideen? Ich meine, klar, Sparks hat sich auch ungefähr so angehört, aber das war nur Kauderwelsch, was der da geschwätzt hat im Original. Hier versteht man wenigstens, was er sagen möchte. Juhu! Mein Portal funktioniert! Wir sehen uns am Strand! Juhu! Strandurlaub! Am Muschelstrand! Auf geht's! Die Eier, pah, die können mich mal. Zeit für Urlaub. Und wir sind da. So, eine Wasserwelt. Yay. Während ich weg war, haben sich meine Freunde das U-Bord der Rhinoxer für eine Spritztour geborgt. Und dann sind sie mit einem riesigen Haufen Steine kollidiert. Das fanden die Rhinoxer natürlich überhaupt nicht lustig. Und haben meine Freundin die Gefängniszelle hinter dir gesteckt. Das ist aber trotzdem auch nicht nett. Die Rhinoxer haben viele unserer Türen verrammelt. Aber du bist bestimmt stark genug, sie aufzubrechen. Drücke vier, um die Ballen zu zerschmettern. Ja, ich glaube, das kriegen wir hin. Okay. Der Muschelstrand ist so ein Mix aus Wasser und Laufwelt. Also wir werden uns auch an der Oberfläche noch befinden, keine Sorge. Aber die Musik ist wieder schön. Und ja, da ist das Urboot, wo sie... Ich würde tatsächlich gerne wissen, in welchem Winkel die das bewegt haben, um das so da reinzuschmettern. Das würde mich tatsächlich interessieren, weil, ähm, da ist Wand, da ist Wand. Wie haben die das hingekriegt? So, weg damit. Halt, Muschelstrand. Das hat doch bestimmt wieder irgendwas. Fang das irre Huhn. Das was? Was für ein irres Huhn. Hä? Was für ein Huhn? Hier ist doch kein Huhn. Hier ist eine Ente. Das sind meine Schmetterlinge. Was für ein Huhn? Na, 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 na. Wir würden hier gleich gewalttätig. Okay, wo ist hier ein Huhn? Da oben? Nee. Oder? Das ist auch ein... Äh. Okay. Ich, ich, ich... Ich muss mal gucken. Wenn du eine kurze Zusammenfassung deines Fortschritts in einer Welt willst, drück Handbuch, um die Handbuchseite für die aktuelle Welt zu öffnen. Ich habe leider keine Handbuch-Taste auf meinem Controller. Es tut mir leid, da steht nirgendwo Handbuch. Kannst du mir das nochmal erläutern, bitte? Drücke Handbuch. Ja, geht halt nicht. So. Einfach mal alles abfackeln. Das funktioniert nicht so gut. Na du? Ja, damit hast du nicht gerechnet, ne? Mit deinem Matrosenanzug. Lattsch hat's gemacht. So, was haben wir denn hier unten? Ein Drachenei. Jason. Warum weinst du denn noch, Kleiner? Hm? Ist ja alles gut. Ist halt ein bisschen nass hier. Dann schwimmen wir halt nach oben. Dann wird alles wieder wärmer. Jawohl. Ist eine Muschel. Ich dachte gerade, was ist denn das? Nichts, was ich brauche, auf jeden Fall. Komme ich von da eigentlich da hoch? Nö. Toll. Und hopp. Yeah. So. Die zwei da oben möchten auch noch ein bisschen Rambazamba machen. Habe ich kein Problem damit. So. Jetzt wird's im Absender. Das war schön. Und du wirfst in die falsche Richtung. Aber ist okay. Sagen Sie, es mich nicht trifft, ist alles gut. So. Einmal, zweimal. Aber wir schaufeln können wir nix. Du bist immer noch nur ne End. Du bist kein Schaf. Äh. Huhn. So. Tschüss. Mal gucken, was wir hier oben Schönes haben. Durch Schweben kannst du noch weiter gleiten. Drück einfach Aktion am Ende deines Gleitflugs. Dankeschön. Das wussten wir schon. So, komm ich da so hoch. Ja. Cool. Aber hier ist auch kein verrücktes Huhn. Hm. Ich kann mich auch überhaupt nicht an einen Huhn erinnern in diesem Level. Also so gar nicht dran erinnern. Na du Schaufel, Heinz. Da ist da Schieler wieder. Ach komm, dann gehen wir doch rein. Oh hi, Spyro. Einige meiner Robbenfreunde wollen eine Rhinox-Festung stürmen. Ich wollte Ihnen gerade helfen. Ich liebe den Klang von jammernden Rhinoxen am Morgen. Okay. Soll ich mir Sorgen machen? Das hört sich leicht brutal an. Okay. So. Schieler kann übrigens nicht tauchen. Sie kann nur schwimmen. Aber hey, das ist besser als nichts. Oder? So. Weg damit. Und weg damit. So. Ah, da ist die Festung. Hi, Sheila. Die Rhinoxer haben eine Festung an unserem Strand gebaut. Und wir wollen sie in die Luft jagen. Du musst nur erst alle Geschütze für uns zerstören. Wir zünden jetzt eine Bombe. Also sorg dafür, dass alle Geschütze Platz sind, bevor die Zündschnur abgebrannt ist. Okay? Wie wäre es, wenn ihr einfach kurz wartet, bis ich mit meiner Arbeit fertig bin? Aber okay. Wir haben nur... Toll. Eine Minute dreißig Zeit dafür. Und... Ja. Was soll ich dazu sagen? Sie hätten auch einfach warten können. Aber nö. So. Und... Bam! Und... Bam! Und... Bam! Und nochmal das Ganze. Weil es so schön... Boom macht. Ja. Ich bin viel zu langsam. Das war gut. Ich weiß noch nicht, warum sie manchmal stärker ist. Aber... Geht schon. Na komm. Das ist der letzte. Na, haben wir es. Und das beim First Try. Bin begeistert. Boom. Ja gut, weil sonst hätten wir jetzt ein kaputtes Ei. Die arme Molly. So. Haben wir hier mal ein bisschen aufgeräumt. Das ist halt schon irgendwie... Weiß ja nicht. Halt. Oh nö. Ich wollte es nochmal machen. Ja. Guck mal. Ich kriege sogar ein Leben dafür. Wie gemein. Stimmt hier. Ja. Ganz vergessen. Ich... Ja. Diese versteckten Gebiete hier. Jared. Das war süß. Das war's aber, oder? Ja. Sparks Zeitrichtung Ausgang. So. Aber immer noch keine Spur von diesem Huhn. Na, Kollege. Macht Spaß. Warte mal. Geht das noch? Kann ich diese... Diesen Baum kaputt machen? Nein. Oh. Das ist langweilig. Ich glaube nämlich, dass man die Bäume weg sprengen konnte mit diesen Fässern. So. Immer noch kein Huhn. Ich bin gerade echt verwirrt. Hi. Ah. Die schießt. Ja, stimmt. Ganz vergessen. Ich wollte euch einfach mal beobachten. Hab dann gemerkt, dass es keine gute Idee ist. Oh. Was so Gegner. Wie ich sie hasse. So. Was mich tatsächlich interessieren würde, warum hat man sich für Spyro 3 auf Rot geeinigt? Ich meine, Spyro 1 und Lila ist okay. Spyro 2 und Blau ist auch okay. Aber wie kam man auf die Farbe Rot? Einfach nur Interesse halber. Es ist jetzt keine Kritik oder so. Es würde mich einfach nur interessieren. Weil man hätte ja auch Grün oder Gelb nehmen können. Als Beispiel. Da ist noch. Guck mal. Ja. Und die ganzen Feinde sind auch noch da. Und die treffe ich einfach nicht, weil ich zu dumm dafür bin. So. Das war einer. Ach so süße. Hä? War das ein Huhn? Das habe ich gar nicht gemerkt. Okay. Ich nehme es mal so hin. Ich finde es natürlich gut. Aber ich habe es gerade überhaupt nicht gemerkt. Ich glaube, das hat man mir auch ein bisschen angesehen. So. Okay. Machen wir erst mal diese Aufgabe. Hinein in den Strudel. Ich hatte ein Drachenei für dich, aber ich habe damit unseren superschnellen Abflusstunnel getestet. Die gute Nachricht, es ist heil am anderen Ende angekommen. Die schlechte Nachricht, jetzt kriegen wir es nicht mehr zurück. Toll. Danke. Der Tunnel ist voller Rhinoxe und schwimmender Minen. Du bekommst das Ei nur, wenn du alle Rhinoxe im Tunnel besiegst. Okay. Dann probieren wir das halt mal. Und jetzt kann ich nichts mehr machen, außer steuern. Oh, ist die Steuerung schwammig. Oh Gott. Oh Gott. Immerhin muss ich nur nach links und rechts, oder? Ne, ich muss auch nach oben und unten. Aua. Oh je, das wird spaßig. Ich muss nicht nach oben und unten. Ich muss nur nach links und rechts. Das ist wenigstens eine gute Nachricht, aber das ist trotzdem gemein. Vor allem, weil ich weiß, dass wir sowas in der Art nochmal machen müssen. Das ist schwierig. Da ist das Ei. Ja. Geschafft. Dieses Ei hat eine überraschend gute Strömungsdynamik. Ab sofort sind alle U-Boote eiförmig. Ja. Toll. Duke ist einfach euer Versuchskanichen gewesen. Gesundheit. Ich weiß nicht, ob ich das gut heißen mag. So. Hier oben ist auch noch was. Das kann man echt leicht verpassen. Noch eine Aufgabe. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das umgesetzt wurde. Das wird witzig. Bluto, der Rhinox, hat uns zu einer Seeschlacht herausgefordert. Unser Schnellboot gegen sein Hai-Atom-U-Boot. Wenn wir gewinnen, bekommen wir das Drachenei, das er bewacht. Ansonsten blüht uns ein Monat Küchendienst. Das Hai-Atom-U-Boot. Es ist so geil, dass es immer noch drin ist. Also, willst du es mit Bluto aufnehmen? Ja, muss wohl, ja. Okay, viel Glück. Denk dran. Halte dich vom scharfen Ende fern. Danke für den Tipp. Drücke X zum Beschleunigen. Drücke Kreis... Oh. Eieiei, Entschuldigung. Drücke Kreis, um eine Rakete abzufeuern. Heb Kisten auf, um mehr Raketen zu bekommen. So, aktuell habe ich nämlich keine. Jetzt habe ich welche. So. Das haben wir mal alles nachher auf. Jetzt habe ich echt einen Schluck auf, ne? Oh Gott. So, und da ist das Hai-U-Boot. Das Atom-Hai-U-Boot. Okay, wir sammeln erst mal ein bisschen Munition. Und jetzt versuchen wir ihn einfach mal abzuballern. Alter, dieser Schluck auf. Nee, das geht nicht. Ja. Ich habe übrigens null Ahnung, wie sich das gerade steuern lässt. Ich hasse mich. Wieso muss ich denn ausgerechnet jetzt einen Schluck aufkriegen? Ey, hör auf. Der lacht mich aus, weil ich einen Schluck auf habe. Ich weiß es doch jetzt schon. So, ich glaube, jetzt ist es besser. Ich habe kurz was getrunken. So, tschüss. Bis bald, Pluto. Du musst sehr talentiert sein. Ich hoffe, das Ei war den Ärger wert. Ja, war es schon mal. Wir haben auch die Trophäe bekommen, dass wir ihn einfach besiegt haben. Wunderbar. Ich habe den Namen nicht mitbekommen. Nein. Tut mir leid. Wie auch immer du jetzt hieß. Das tut mir sorry. Also kriege ich da tatsächlich während dem Kampf unseres Jahrhunderts einen Schluck auf. Das ist doch nicht wahr. Das ist mir auch noch nicht passiert während der Aufnahme. So. Dann haben wir da unten, glaube ich, noch ein paar Schätze. Ja, natürlich haben wir da noch Schätze. Ein paar ist gut. So. Da ist noch eine Flasche. Okay. Und dann noch hier unten. Ah! Alt! Alt! Ah! Hätten auch die Trophäe theoretisch so machen können, wie bei dem Ochsen in Metropolis, dass man sich kein einziges Mal treffen lassen darf. Ich glaube, das ist bestimmt auch witzig gewesen. Wo habe ich denn jetzt was verpasst? Ach, da. Ja, sammeln doch ein. So. Und wir sind weg. Und runter. Und da rein. Und den retten. Es hat geklappt. Der Oktopus hat den Kerkerschlüssel fallen gelassen, als er mich geschüttelt hat. Jetzt kann ich meine Freunde befreien. Cool. Gut gemacht. Yay. Alle frei. Oh, bevor ich es vergesse. Einer dieser Rhinoxe hatte dieses Ei in seiner Brotdose. Dizzy, was machst du in der Brotdose? Was soll das? Hm. Okay, alle Dracheneier und Daumen drücken. Alle Edelsteine. Jawohl. 100% abgeschlossen. Und wir haben alle Welten betreten. Bedeutet, wir müssten jetzt diesen Luftballon benutzen können. Sehr schön. Sehr schön. Vielen Dank.